Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns wieder bei 7 Days. Natürlich, wo wir beim letzten Mal Schluss gemacht haben. Immerhin noch beim Händler. Gut, wir haben ja auch erst morgens um 10 Uhr. Wir wollten ihn ja einmal gut durchluten. Einmal kurz unseren Kram wegbringen. Und dann gucken wir mal, dass wir eine Materialien finden, damit wir uns dann langsam was aufbauen können. Für den Blutmond oder Hottennacht. Allerdings muss ich einmal gut was trinken. Zeige ich damit zumindest an. Ich war zwar der Meinung, ich hatte es beim letzten Mal gemacht, aber offensichtlich nicht. Auf jeden Fall, gut, der Verbandskasten heißt, weil wir so wenig Leben haben. Da hatten wir doch... Genau, der hatte ich mich gesehen beim letzten Schmerzenmittel. Wir nehmen mal einen. Okay, bringt uns nicht viel, ehrlich gesagt. Das kommt, weil unsere Gesamtleben-Anzeige etwas niedrig ist. Wir müssten eigentlich mal einen Verbandskasten finden oder sowas. Und uns ist auch leicht frostig. Gut, wir nehmen mal die Fackeln in die Hand, looten hier einmal kurz durch. Hatten wir hier schon, ich weiß es gar nicht. Der hatte uns ja mittendrin rausgeschmissen. Hier hatten wir aber noch nicht. Das ist schon wieder so laut, ne? Mal einen guten Moment. Weil er hatte bei mir schon wieder... Komisch war es immer, wenn ich Seven Days beende und neu starte, zerschießt er bei sämtlichen Einstellungen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich mache es mal ein bisschen leiser. So. Seven Days ist echt sowas von unoptimiert. Ich hoffe, das Spiel geht irgendwann mal in die Beta. Auch wenn es ja schon sieben Jahre in der Alpha ist, aber irgendwann muss es ja mal in die Beta gehen. So, ähm... Die Mülltas sollten wir noch mitnehmen. Da ist nichts drin. Haben wir Lockpits dabei? Einen. Okay, drück mir die Daumen, lass uns klappt. Ja. Komm, komm, komm. Aber sonst kriegen wir die nicht auf. Sonst können wir da morgen früh noch drauf rumkloppen. Na? Jetzt hat der schon wieder Durst. Aber nicht das an der Kälte, dass ich so viel Durst kriege? Oder... Da kloppen gerade Zombies rum. Gut, hier drin ist man sicher. Ja, 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 ja. Oh, es hat funktioniert. Haben wir hier schon. Ah, noch eine Pistole. Zwei. Gut, die hätten wir ja. Aber wir haben noch ein bisschen Munition. Ne, AK. Oh, schön. Oh, warte mal. Die Pistole lassen wir gleich bei ihm. Wollen wir mal dein Inventar sehen. Danke. Ähm... Verkaufen wir. Wie kriegen wir denn dafür? 152. So, vielen Dank. Ah, und so ein Schmeer. Naja, ich weiß nicht. Ich bevorzuge, ehrlich gesagt, die Keulen. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut, Junge. Jetzt haben wir schon wieder Durst. Das ist so. Gut, Koch, Topf haben wir. Wir müssen zusehen, dass wir nach Hause kommen, dass wir uns mal was zu essen brutzeln können. Und vor allen Dingen was zu trinken. Das wäre ja noch wichtiger. Ähm, hier geht's raus. Haben wir gerade durcheinander. Ähm... Da, einmal... Einmal kurz hier durch. Messing und noch eine Schmerztablette. Wow, hier ist es echt eiskalt. Wir brauchen dringend Klamotten. Das ist jetzt langsam echt kritisch. Das ist der Grund, weshalb ich eigentlich im grünen Biom anfangen wollte. Die City lächer jetzt leider nur mal im Schneebiom. Wir erfrieren hier. Und zwar volle Kanne. Oh je, oh je. Ich muss mir ein bisschen Gas geben. Äh, der geht zwar, aber da ist nichts drin. Und schon wieder... Ja, ich glaube, das ist nicht hier dran, weil wir hier gerade erfrieren. Ich glaube, da war noch irgendwas. Eine Wegbank. Mit nichts drinne. Gut. Ich glaube, der hatte da oben drin noch irgendwie was. Und hier unten drin. Bin mir nicht ganz sicher. Da gucken wir später. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Sonst geben wir mich gleich hops. So. Irgendwo war hier nämlich was. Hier nicht. Was noch? Nö, hier geht es ja gar nicht. Irgendwo in den Mittelturm oder so. Das hier ist die Mitte, ne? Oder? Ne, da hinten ist sie. Komm ich hier runter, ohne mir die Knochen zu brechen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bin ich eins so hochgeklettert? Ich bin eins so hochgeklettert. Gut. Genau, hier wollte ich rein, weil hier... Genau, hier liegt mich meistens noch eine Waffenkiste rum. So, dann nehmen wir die noch mit. Und dann sehen wir aber zu, dass wir hier wegkommen. Und dann versuchen wir uns erstmal ein bisschen was zu trinken zu machen. Was haben wir denn hier? Militärstiefel, die ziehen wir doch glatt mal an. Na gut, wir haben jetzt nicht gerade einen Kälteschutz, aber besser als keine Stiefel. Ein bisschen Munition noch und Jagdgewehr noch. Oder? Ja. Gut, Munition haben wir zumindest ein bisschen was. Ja. Gut, jetzt sehe ich aber zu, dass ich hier reinkomme. Wir müssen gerne dringen. Man kann auch ein bisschen Kälteschutz und Hinteschutz und sowas gillen. Obwohl ich das am Anfang eigentlich ungern mache, weil andere Punkte wichtiger sind. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ja, ja, ja. Ich nehme schon die Fackel in die Hand. Dann hält das zumindest ein bisschen warm. So, dann marschieren wir jetzt erstmal Richtung nach Hause. Unser Bett geht in diese Richtung, laut der Anzeige. Oha, unser letztes Wasser. Einmal kurz trinken. Komm schon, Junge, das schaffst du. Ey, da, das darfst du. Oh je. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell weg. Aber ganz, ganz schnell. Und schützt ja nicht mal mehr die Fackel. Gut, wir sind hier am Erfrieren. Obwohl wir die Fackel in der Hand haben. Warum muss auch immer bei meinem Pech. Also ich spawne entweder im verbrannten Biom. Wo es heiß ist. In der Wüste. Oder im Schneebiom. Ich habe nie das Glück, im schönen grünen Biom zu spawnen. Das ist furchtbar. Oh Mann, oh Mann. Na ja, na ja. Komm, Beeilung, Beeilung. Und Junge, nur weil der Zombie-Apokalypse ist, musst du hier nicht rumtrödeln. Ja, das wird nachher später angenehmer, wenn wir Fahrzeuge haben. Aber noch haben wir sie nicht. Gut, wir haben bei uns im grünen Biom ja glaube ich auch noch ein Gebäude, was wir durchluten können. Vielleicht finden wir da ein paar Klamotten. Das wäre zumindest mal ganz schön. Ich habe auch gerade das Gefühl, der ist durch die Kälte jetzt so langsam. Ja, ich weiß, da könnte Honig drin sein, aber nicht jetzt. Wir müssen hier erstmal raus. Es ist halt am Anfang des Spiels, aber eigentlich erst am Level 5 oder 6. Was sind wir denn? 5. Okay. Dadurch hat sich das Ganze schon erübrigt. Da hinten, ich sehe schon, dass grüne Biom kommen. Das werden wir doch noch schaffen, oder? Also, das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Trotz Fackeln. Normalerweise hält die Fackel zumindest einigermaßen warm, aber im Moment gar nicht. Also, wir kommen einmal kurz hier raus, damit wir looten können. Und dann, ja, das Reh ist mir im Moment auch egal. Boah, die Ausdauer füllt sich schon gar nicht mehr richtig auf. Gut, wir sind aber auch leicht überladen. Das ist auch so ein Grund, warum wir so langsam sind. Nein, Jack, nein, Jack. Später, später, später. Weil die hören sich an, diese Jacks, ne? Nein, siehst du, dass du wegkommst. Sonst haue ich dir eine Donnerbüchse um die Ohren. Ich will hier aus dem Biom raus. Boah, ich glaube, der läuft mir gerade hinterher, ne? Komm, da vorne sind die grünen, schönen Bäumchen. Genau da wollen wir hin. Äh, wir haben's gleich geschafft. Wir haben's gleich geschafft. Hier ist kalt, suche Kleidung. Finde einen Unterschlupf, zünde eine Fackel an oder mache dir ein Lagerfeuer. Ja, wir haben eine Fackel in der Hand. Sie bringt hellstlich wenig. Aber danke für den Tipp. Jetzt sind wir zumindest nicht mal rot, weil wir so langsam am Ende des Gebiets kommen. Ja, jetzt fühlt es sich auch mal wieder ein bisschen schneller auf. Ja, das kommt auch zum Teil, weil wir so überladen sind. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Ich glaube, das liegt aber auch daran. Die EP ist immer noch viel zu hoch eingestellt. Ich war mal wieder so dermaßen mit einem Rumpf riemeln. Ich weiß nicht, was das ist. Habt ihr das Problem auch? Ich habe zumindest festgestellt, das ist komisch. Normalerweise müsste es andersrum sein. Wenn ich das Spiel im Vollbildmodus laufen lasse, dann ruckelt es wie Hulle. Egal, wie die Grafikeinstellungen sind. Niedrig, hoch, mittel. Es ist unter 20 FPS. Es ruckelt wie Hulle. Sobald ich es aber auf Fenstermodus umstelle, wie ich es jetzt gerade habe, läuft es flüssig. Selbst auf Ultra. Über 60 FPS. Ich habe es auf 60 FPS quasi gelockt, weil... Wegen dem Aufnahmeprogramm. Weil das nimmt mit 60 FPS auch. Wenn das Spiel dann schneller läuft, dann kann es dazu Problemchen führen. Aber normalerweise müsste es doch umgekehrt sein. Dass es im Vollbildmodus schlüssig läuft und im Fenstermodus ruckelt. Also das ist schon... Ein merkwürdiges Phänomen, ehrlich gesagt. Aber gut. Dann springen wir im Fenstermodus. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so nicht, dass es beim nächsten Mal wieder umgekehrt ist. Das Spiel ist schlimmer als Minecraft. So, aus dem sind wir gleich raus, ne? Ja, schön. Gut. Dann dürfen wir eigentlich auch gar nicht mehr so weit von zu Hause entfernt sein, oder? Aber da vorne ist es gut. Wir haben es fast geschafft. Kann ich die Fackel ja jetzt zumindest aus der Hand nehmen. Dann erfrieren wir nicht mehr. Dann leeren wir uns erstmal aus. Und da vorne das Gebäude, meine ich, wo der kleine Turm steht. Vielleicht finden wir da Kleidung. Aber wir müssen erstmal nach Hause. Wir können uns ja kaum bewegen. Vielleicht wäre es auch schlauer gewesen, hier mal eine Kiste hinzustellen und das später wiederzuholen. Aber wir brauchen es ja jetzt. Und nicht erst später, wenn wir ein Fahrzeug haben. Bär, 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 Bär. Kommen wir jetzt nicht zu nah. Ich habe keine Waffen für dich. Obwohl wir das Fleisch gut gebrauchen könnten. Du bist durstig, ja. Wir haben nichts zu trinken im Moment. Mal in dem Barshaus. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir da jetzt großartig Kleidung finden. Aber gucken, wenn wir gleich mal. Ich will mich doch nur einmal gut ausleeren. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, deswegen meinte ich, wir müssen unbedingt. Entweder müssen wir Taschenverbesserungen herstellen. Dafür brauchen wir aber auch erstmal Materialien. Oder, wir müssen es freiskillen. Aber auf jeden Fall, das kann ja nicht sein, dass wir ewig so lahmarschig rumtrudeln. Da ist schon wieder ein Zombie. Da fällt mir was ein. Hier ist Wasser. Ich hoffe, hier ist jetzt gerade kein Zombie. Warte mal. Wir haben leere Flaschen. Dann nehmen wir ein bisschen Pipi-Wasser mit. Geht das? Du bist nass. Geht. Wunderbar. Den können wir nämlich. So. Da ist er. Das gleich zum Wasser kochen. Wie, der lebt noch. Okay. Hier, nimm das. Er lebt immer noch. Alles klar. Jetzt ist er aber tot. Hartnäckiges Biest. Okay. Oh, guck mal. Da vorne läuft die Krankenschwester Elfriede. Hallo Elfriede. Oh, für dich habe ich auch was. Sind wir auch fast zu Hause. Komm. Komm ein bisschen näher. Hier. Tschüss. So. Jetzt haben wir es fast geschafft. Da ist unser Haus. Dann werden wir da echt fast erfroren. Wir müssen jetzt ganz schnell. Das Lagerfeuer haben wir ja zum Glück vom Anfang noch. Ich glaube, da muss ein bisschen Holz rein. Wir brauchen einen Kochtopf. Den haben wir ja zum Glück gefunden. Wir müssen uns erst mal ganz schnell wasserköcheln. Da führt nun mal ein gein Weg dran vorbei. Hm. Hm. Ja. Und dann gucken wir mal da vorne in die Hütte. Ob wir ein bisschen Klamotten finden. Ich meine, man kann später auch Klamotten herstellen. Aber dafür braucht man ja auch erstmal Sachen. Lootet hatte ich hier auch, glaube ich, alles. Ich glaube, ja. Ja. So, rein in die gute Bude, die noch etwas unsicher ist zur Zeit. Aber wir sind hier auch erst am Anfang. Na, rein da. Gut. Wo war denn unsere Truhe? Da an der Wand. Genau. Erstmal alles Rinder. Das rein. Das Geld braucht im Moment auch nicht. Das brauchen wir gleich noch. Jacke wäre erst mal rein. AK mache ich zwar sehr, sehr gerne. Hatte ich am Anfang auch gesagt. Aber momentan haben wir nicht wirklich Munition dafür. Ähm. Ich war zwar zu der Meinung, wir hatten Munition gefunden. Ach da. Aber das reicht ja halt noch nicht. Die packe ich jetzt auch erstmal weg. Genau wie das. Den Bogen behalte ich erstmal. Aber der kommt weg. Die behalte ich. Das kommt erstmal rein. Das. Das brauche ich gleich. Erstmal alles, was wir im Moment nicht brauchen. Den Kochtopf brauchen wir auch gleich. Das da rein. Essen können wir uns gleich brutzeln. Die Knochen erstmal. Steine brauchen wir noch. Die Gohle erst später. Das noch. So. Dann haben wir zumindest mal wieder ein bisschen Platz und sind nicht überlastet. Ja. Jetzt können wir uns auch wieder schön bewegen. So. Da kommt dann jetzt erstmal der Kochtopf rein. Zack. Ein bisschen Holz. Und dann wird gut gehen. Wir haben 17 trübes Wasser. Ich hoffe, ich kann Wasser machen. Äh. Trinken. Ja. So. Den Köchel erstmal. Und dann machen wir uns gleich noch ein bisschen Fleisch. Ich glaube, ein bisschen hatten wir ja gespielt. Jetzt ziehe ich mal wieder nach unten. Ach guck mal. Eine Flasche hat er schon fertig. Ah. Komm. Ich will zumindest zwei haben, Junge. Ja, danke. Der Rest kann dann jetzt erstmal köcheln. Ah. Das ist wie Schnee im Sommer. Da noch hatten. Gut. Jetzt sind die zwei wieder leer. Die können wir nachher wieder auffüllen. Jetzt wollte ich nochmal kurz gut gehen. Ich habe ja Fleisch. Ich kann, naja. Das ist jetzt nicht viel. Aber ich kann zumindest für kultes Wildbret machen. Kann man irgendwo gucken, wie viel das bringt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hast du zumindest besser als nix am Anfang. Wir haben ja kaum Essen. Wow. Da kriege ich ganze vier Stück raus. Warum? Wow. Wow. Der braucht fünf Stück? Tatsächlich. Fünf Stück? Oh. Ne, den hebe ich mir das erstmal auf. Das ist mehr im Moment. Vielleicht kriegen wir da später ein besseres Essen raus. Im Moment ist es ja nicht ganz zu dringend mit dem Essen. Packe ich das Fleisch da erstmal rein? Die haben wir noch leere. Die nehmen wir mal mit. Die können wir später auffüllen. Skillpunkte haben wir auch nicht, oder? Nein. Gut. Gut, er hat acht gemacht. Die nehmen wir mal mit. Wir warten mal einen kurzen Moment, bis er das fertig hat. Bevor wir gleich losgehen. Einfach aus dem Grund. Dann haben wir ein bisschen Wasser auf Vorrat. Ich werde in der Zwischenzeit hier einmal kurz. Woraus besteht das hier eigentlich? Solz, ne? Ja. Das ganze Haus besteht aus Solz. Okay, und das kann man mit Steinen mehr verbessern. Mit Pflastersteinen. Okay. Unser Haus ein bisschen verbessern. Das muss ja nochmal aus sein. Dann machen wir erstmal alles aus Holz. So. Treppe will er mit Eisen verstärken. Okay. Ich höre hier doch irgendwo ein Zombie rumlaufen. Oder war ich das jetzt selber? Ich glaube, das war ich selber. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade paranoid. Vielleicht bin ich es auch selber. Nein, bin ich nicht. Hier ist ein Zombie. Und zwar da. Der Businessman. Hallöchen. Bleib liegen. Nicht genug Ausdauer. Oh, ein Loot-Säckchen. Das ist immer gut. Haben wir ein schönes drin. Oh, noch mehr Munition. Und ein Junk-Torret und eine Quest. Ich bin Holzfäller. Mir geht es gut. Okay, warte mal. Haben wir was Schlechteres oder Besseres? Wir haben was Schlechteres, oder? Der hat Kälte-Widerstand 2 und Hitze-Widerstand 1. Und das Ding? Hitze-Widerstand 9, Kälte-Widerstand. Uh, die Kälte sind sogar schlechter. Ah, dieses Pflanzenfaserhemd bin ich nicht gerade ein Freund von. Ähm, das zerlege ich einmal. Gut, das können wir aber auch gleich wieder in die Kiste bringen. Ich habe mich doch nicht getäuscht, weil sie doch ein Zombie. Hups. Na. Danke. Äh. Gut, das können wir erstmal rein. Die Quest gucke ich gleich mal. Die Junk-Torret sind natürlich sehr, sehr gut. Aber die bringen wir uns erst, was wir Eisen haben. Die können erstmal rein. Der kann erstmal rein. Die brauchen wir noch. Ja, Kartdinger heben wir uns erstmal auf für die Horden Nacht. Jo, hat der es fertig. Dann kann ich das nämlich ausmachen. Ansonsten, wenn ich es anlasse, verbrät der die ganze Zeit unser Holz. So viel haben wir davon ja im Moment auch noch nicht. So, aber den wollte ich schon noch fertig machen. So, sieht zwar nicht so unsymmetrisch aus. Gut. Denken gehen wir da vorne einmal kurz die Hütte durchgucken. Und hoffen, dass wir hier irgendwann mal mehr finden. Äh. D-d-d-d-d-d-d. Wir sollten definitiv öfters looten gehen, damit wir an Materialien kommen. Aber es ist halt so eine Sache. Im Schneegebiet erfrieren wir, weil wir nicht wirklich Klamottis haben. Und wir haben auch nicht wirklich ein Fahrzeug, um großartig woanders hinzufahren. Das ist halt ganz großes Problem im Moment. Ich glaube nicht, dass wir in der Hütte hier viel finden. Ganz ehrlich. So, jemand zu Hause? Jemand da? Jo. Einmal freundlich ankloppen und schon wachen die Nachbarn auf. Komm her. Ach, hallo, Baba. Baba. Baba hat noch Cousin Willy dabei. Die gute Edeltraut ist auch da. Hallo, Edeltraut. Ja. Bitte schön. Danke schön. Gut. Ist jetzt die Bude leer? Ich hoffe es mal. Hm. Spint. Nein, Bude ist nicht leer. Okay. Da hinten ist noch eine Edeltraut. Okay. Hallöchen. Ich bin hier, Lady. Was hast du da oben? Du wirst doch so eine Art Badehaus hier, wa? Oh, Edeltraut. Du lebst noch. Du kannst mir nicht sagen, dass du tot bist. Nee, da ist doch Edeltraut. Oh, gab sogar einen Fertigkeitsbogen. Wunderbar. Oh, darf ich jetzt looten? Was waren da jetzt überhaupt drin? Eine Ballonmütze. Kältewiderstand 2. Hitzewiderstand 9. Wir haben, glaube ich, einen Eisenhelm auf, ne? Ah, der hat zwar keine Kältewiderstände, aber schützt mehr vor Schlägen. Ich werde den auflassen. Die Ballonmütze werde ich zerlegen. So. Der unten ist auch leer. Gut. Kasse ist leer. Oh, wir haben hier einen Tresor. Ähm. Juckersaft. Altes Sandwich. Okay. Der natürlich verschlossen ist. Ah, verfaultes Fleisch. Ansonsten. Nächster Tresor werde ich gleich gucken. Ist eigentlich nicht toll in der Hütte, ne? Okay. Was ist jetzt alles hier? Da ist noch eine Tasche. Ein Messbecher. Nein, das war gut. Tabletten, Steroide, Verband. Das ist auch sehr gut. Also ich meine, schlecht ist der Lut hier nicht. Aber ein Messbecher so früh im Spiel. Das habe ich auch noch nie gehabt. Du gefällst mir nicht. Tschüss. So, dann werde ich mal wohl... Dann werde ich... Oh Gott, das dauert doch ewig. Okay. Den Tresor merken wir uns mal für später vor. Da klaupt ich sonst morgen früh noch drauf rum. So geht es natürlich auch nicht. Ähm. Ja, gut trinken. Haben wir ein bisschen was? Ich glaube, mehr als Sex geht auch gar nicht. Erzähl, ne? Nein. Hm. Ist hier draußen noch irgendwas Interessantes? Fässern. Äh. Stuhl. Gut, den Stuhl könnte man zerlegen. Kommt, glaube ich, Holz raus, oder? Dope. Ist hier sonst echt nichts? War das alles? Und das ist enttäuschend. Gut, es muss doch noch irgendwas bei uns in der Nähe sein. Was nicht unbedingt... Im Schneegebiet liegt, oder? Irgendwas, was ich noch sammeln muss. Na gut, wir haben hier oben noch nicht wirklich geguckt. Und ich glaube, da haben wir auch noch Sachen. Bevor wir hier wieder hingehen... Und erfrieren, möchte ich gerne erstmal Klamotten haben. Gut, ich werde da oben nochmal gucken. Genau, wir haben einen kurzen Abstecher nach Hause. Da kriegen wir unser Inventar gleich wieder leer. Und dann werden wir da oben nochmal gucken. Und jetzt haben wir Hunger, verdammt. Wer hat noch eine Dose Essen, ne? Essen sollten wir auch unbedingt mal finden. Ah, das wird nicht lange anreichen mit der Dose. Weil wir sind schon wieder halb am frieren. Wir sind nicht mal im Schneegebiet und sind am frieren. Gut, denn einmal geht's so schnell. Also irgendwas gefällt mir hier mit meiner Grafikeinstellung noch nicht. Aber es geht im Moment einigermaßen, oder? Ah, die Stereoide lassen wir, den nehmen wir mal mit. Den lassen wir auf jeden Fall hier. Das lassen wir hier. Das und das. Den Juckersaft. Ich glaube, der kühlt oder so, ne? Wasser 34. Ausdauerwirkung. Nicht nix. Juckabit ausgezeichnete Hydrierung. Okay, na gut. Lassen wir erstmal hier. Die Quest machen wir später. Dafür brauchen wir erstmal Ausrüstung. Hatte ich die nicht zerlegt? Meine ich. Oder wir haben noch einen gefunden. Gut, wir lassen auch erstmal die leeren Flaschen hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann werden wir jetzt da oben mal gucken. Habe ich ja gerade auf der Map gesehen. Hier oben muss noch irgendwo was sein. Ah, die Straße ist denn da? Und zwar genau da. Wenn ich mich nicht täusche, ist da irgendwas. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Mach mal schnell einen Wegpunkt hin. Und dann werden wir da mal kurz Lugi-Lugi machen. Oh Gott, sag ich jetzt nicht. Das ist diese Ruine hier. Das ist die Ruine. Gut, aber vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, guck, uns ist schon wieder kalt. Keine Ahnung warum. Wir sind nicht mal im Schneegebiet. Aber uns ist schon wieder kalt. Messing. Wow. Irgendwas ist drin hier? Oh ja. Au. Bin zu blöd zum Schießen echt. So. Ruhe im Gelände. Ah ja. Das ist im wirklichsten Sinne eine Ruine. Hier vorne in der Tasche. Uh. Gefütterte Handschuhe Stufe 6. Die werden wir doch gleich mal tragen. Warte mal, muss mal was gut gehen. Die hat Rüstung 8. Effekt, Beweglichkeit, Geräuscherhöhung. Die und die, die wir gerade gefunden haben. Die hat Rüstung 7. Weniger. Echt weniger? Effektwiderstand 13. Effektwiderstand 15. Ausdauer. Minus 4 Beweglichkeit. Gut, dafür macht die uns nicht langsamer. Ah, wir werden einfach den nehmen. Gut, den zerlege ich dann. Da kommt dann glaube ich auch Leder raus. Vorne sind noch Autos. Noch irgendwelche verbrannten? Sehen. Sehen tue ich jetzt keiner, wenn man mal Hallo sagen. Dann ist es auf der eine, keiner mehr hier zu sein. Okay. 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 Hier noch irgendwas drin. Und noch ein Tresor. Gut, sollten wir uns merken. Lass mich mal ein. Den können wir gleich zerlegen. Hier kommt glaube ich Kuhle raus. Oh, ich sehe gerade. Wir kriegen Besuch. Moment. Da kommt Besuch. tschüssi kommt euch das auch so vor oder nur mir ich habe das gefühl das ist leicht verschwommen die 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 sonst ist hier nichts ich glaube da kommt coole haben wir jetzt zumindest noch eine mikrowelle bisschen wasser voll das fleisch okay auch ein bisschen kaffee was natürlich wie immer leer ist da hatten wir nichts unten ist echt nicht durch okay das ist natürlich das heißt die es kalt jetzt heißt ich glaube das licht aber zum teil ja jetzt ist wieder normal das licht an der kohle nimmst du auch nur mit weil wir später halt noch ein bisschen kohle brauchen den stuhl nämlich da gleich noch mit dem sie meine an das hatte ich gar nicht gesehen naja leere flaschen so ansonsten ist hier auch nichts sonst sicher jetzt gerade gar nichts weiß nicht ob da oben noch was ist da sind wir ja gar nicht weiter hochgelaufen und platz hätten wir noch ein bisschen und warte mal bevor wir weitermachen wir hatten uns die punkt ich werde jetzt erst mal auf wenn es mir nicht passt den pack esel hochgehen dafür brauchen wir stärke level 2 und zwar aus dem grund damit wir die tasche mal frei kriegen so werde einmal kurz hier oben luki luki machen leer vielleicht ist ja noch irgendwas interessantes ich meine die ruine die war ja jetzt auch nur was für einen hohen zahn da muss doch irgendwo noch was stecken straßen hier trinken haben wir zum glück dabei aber wir haben auch nicht wirklich essen weil wir könnten uns viel für kulte wildbrät machen aber die bringt es ja jetzt auch nicht wirklich hier ist nix weit und breit nix ja so ein bapper läuft hier rum das war es aber auch ansonsten nur berge und bäume wenn ausdauer das ist das ist ich habe keine ausdauer verdammt jetzt hier ist aber auch echt nix kann natürlich sein dass da hinten noch irgendwo was ist aber das ist ja jetzt kilometer weit weg und hier auch nix weiter da ist wieder schneebium finde ich noch ein bisschen müll aber ansonsten ich glaube das sind diese blumeffekte kann das sein moment ja das ist dieses blumen und diese tiefenschärfe bewegenschärfe die mache ich mal aus viele haben es an viele haben es nicht an ich mag das absolut nicht echt nicht gut das ist mir immer das problem ich mag es nicht das ist immer es sieht so doof aus wenn es verschwommen ist da hinten ist die schnee city ja aber wir haben hier echt bei uns wir haben hier so eine blöde ginkt erwischt ein rei okay warte mal das ist fleisch bleib stehen verdammt nochmal es läuft hier fleisch um die ecke und das rennt weg das erleben das fleisch ich krieg dich riechen ich krieg dich ob dir das nun passt oder nicht sooo zücken wir mal das messerchen fleisch brauchen wir ii okay das war jetzt nicht meine absicht wie viel fleisch kam da jetzt eigentlich raus zwanzig naja könnte man zumindest schon mal acht vibrate machen ist halt da jetzt am anfang gerade ein bisschen weil wir hier nichts in der nähe haben zum looten außer die schnee city da hinten das ist ja nun auch nicht so optimal ich würde auch liebend gerne die autos hier auseinander nehmen aber wir brauchen erstmal eine schramschlüsse ich glaube uns wird nichts anderes übrig bleiben auch wenn wir nicht die klamotten dafür haben da in der schnee city zu looten ah zumindest ein paar patronenhülsen weil ich wüsste nicht wie wir sonst an materialien kommen sollen gut den werden wir uns diesmal aber wirklich gut vorbereiten einmal kurz das leeren ich habe die kühltruhe gar nicht gelooten ah ist auch nichts drin weil das badehaus da hinten das war ja nun wirklich auch nicht gerade der rede wert das muss ja eh schon wie weiter gehen warte mal so dann packe ich erstmal das hier alles rein das fleisch behalte ich mal sand das kommt rein die werde ich gleich zerlegen die leeren flaschen können auch erstmal rein federn ja gut die habe ich erstmal reingelegt im moment haben wir ja auch pfeile das brauchen wir noch dann nicht dann werde ich das fleisch was ich hier vorne rein geschmissen hat und die da auch einmal mitnehmen gut dann brutze ich uns ein bisschen fleisch trinken haben wir ja zum glück noch auch wenn es jetzt nicht viel ist aber wir brauchen ja auch was zu essen was ist denn mit gekochten fleisch dafür brauche ich wasser genauso viel fleisch aber auch zusätzlich wasser bringt das denn mehr ist zwar nicht so lecker wie gegrilltes fleisch aber kochen ist eine effiziente methode um eine mailzeit zuzubereiten was steht beim wildbrät fleisch anzukohlen ist nicht die beste methode es zu kochen aber ist immer noch besser als es rum zu essen da besteht leider nichts wo was es für werte bringt ne würde ich ja schon gerne wissen hm hm was ist besser gekochtes fleisch oder gegrilltes fleisch ich weiß es nicht ich vermute auch mal gekocht weil wir da zusätzlich wasser zu brauchen acht stück könnte ich machen na gut die acht flaschen haben wir ich mach das gekocht und jetzt haben wir auch nacht gut dann würde ich sagen dann bereite ich ein bisschen vor fleisch kochen und so weiter und so fort und wir sehen uns denn wieder sobald das fertig ist den geben wir looten dann ist wahrscheinlich auch wieder Tag da seht ihr mehr denn bis zum nächsten mal Tschüssi 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 tschüssi